Ja, das stimmt. Herzlich willkommen an den Abonnentern zu einer fremde Folge Durchgekotzt. An meiner Seite die einzig wahre Tresaka Asisa. Schön, dass du dabei bist. Hallo, schön, dass ich da bin. Du spielst Leona mit dem Würstchen-Skin. Das ist ganz richtig. Ich wink auch mal mit meinem Würstchen. Hi. Ich habe leider die falschen Sammlerspads genommen. Normalerweise solltet ihr diese ekelhafte Schmutz-Kombo mit Barrel spielen. Und euer Supporter kann dann entweder Gneit mitnehmen oder Heal. Aber man kann es auch so spielen, ist die klassische Variante. Wir spielen Soraka als ADC. Das ist, finde ich, aktuell auch die stärkste Variante, weil du in Abels dadurch eine stärkere Topside, weil du mit der Ultimate die Topside beackern kannst. Und gleichzeitig ist Soraka auf der Botlane nahezu nicht punishbar. Wenn ihr euch wissen wollt, wie man dagegen spielt, dann verzweifelt fast weit und das Riot-Balancing-Team beleidigt, dann schaut natürlich gerne auf meinen Zweitkanal vorbei. Da seht ihr nämlich unseren Versuch mit Leona Tristana in der Zweitkanal zu besiegen. Klasse, ne? Großer Fan. Das lief sehr gut, muss ich an dieser Stelle auch noch mal anmerken. Hat viel Spaß gemacht. Ja, ja, absolut. Wir sind nicht auf 30 Tode gekommen. So viel kann ich schon mal spoilern. Nein, ja. Aber auch nicht auf 30 geht's. Das kann ich auch spoilern. Nein, leider auch. Oh, guck mal, ich bin ein Kreis beim Echo. Ich mache Würstchenparty daraus. Okay, jetzt laufen wir in die andere Richtung. Okay, realisiert ihr den Seitenwechsel? Ja, nein. Ja, solchen Spaß könnt ihr euch natürlich auch gönnen. Ansonsten, Soraka, das Ekelhafteste, was ich seit langem erlebt habe. 200 Jahre Blitzinger-Erfahrung für den Arsch. Ist gar kein Problem. Soraka, unfassbar in Neurigen. Auf der Top-Land auch. Du baust einfach deine ganzen Support-Items. Und da tötest du einfach Gegner. Du hast einen extremst guten Grund-Sustain über den Q. Du hast dadurch auch Polk. Der ist relativ leicht zu treffen, auch wenn das bei mir manchmal anders aussieht. Ja, und in der Kombination mit Leona hast du doch extrem stark Roll-In, weil die Gegner quasi sich nicht wehren können, weil der Silence von Soraka ja instant ist und quasi zu einem Root wird, wenn man draufsteht. Und genau dieser Root nimmt dir jegliche Hoffnung zu überleben. Ansonsten, Führer gegen Zillion, Champion, der auf Polk ausgelegt ist. Oh Gott, in Namen, diese Bannerdinger, ne? Dass die nie abgeschafft wurden. Die sind einfach echt grausam, ne? Ich weiß auch nicht. Wann kamen die denn rein? Vor zehn Jahren, gefühlt. Die waren letztens diesen irgendwann. Aber ich hab mich ... Also ja, ich erschrecke mich auch jedes Mal noch. Und ich dachte, die kommen irgendwann wieder weg. Das ist nur so ein special Ding. Vielleicht haben die es auch einfach vergessen. Nee, nee, wenn Clash funktioniert, kommen die vielleicht weg. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, ne? Ich hab jetzt Level 2. Ich kann jetzt anfangen, hier einfach den Gegner, den Instant-Silent ins Gesicht zu drücken. Jetzt hab ich den Q getroffen. In dem Moment, wo ich den Q treffe, gewinn ich quasi die Lane, weil ich so viel Grund-Live-Rick dadurch bekomme, dass ich jeden Gegner outrade, ne? Ich hab das Ganze kombiniert hier mit Scorch, Motherflow, Band. Ansonsten Resolve-Tree rein für stärkere Heilungen und stärkere Schilde. Das solltet ihr auch immer euren Do-Q-Partner empfehlen. Du solltest da jetzt draufflaschen, ne? Draufflaschen, okay. Ja, da kommt der Silence drunter. Oh. Und dann ist die Lauge auch schon wieder aus. Der Zillian, der wird jetzt hier natürlich auch noch flashen müssen. Ja, klar. Da ist trotzdem der Stun. Ich tank noch mal einen Turtle-Shot, aber den mach ich aber jetzt auch nicht. So, jetzt ist der Echo. Und jetzt freezen wir das. Und du gehst Base. Großartig. Warte, ich hör dir den Dicken-Mini. Nein, 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 nein. Oh Mann, oh. Dann musst du warten. Dann warte, dann warte. Ja, dann warte ich. Ich hab zwei Heiltränke, die könnt ich auch einwerfen. Ja, okay. Nee, aber jetzt geht Base. Jetzt geht Base. Ja, wirklich. Jetzt hab ich einen Heiltrank eingeworfen. Ja, ist egal. Hast du ja noch einen Camping gemacht, hast du ja Gold Plus gemacht. Ja, außerdem möchte ich das First, dass du kommen, ne? 400 Geld, meine Tasche. Hey, Minutes! Klasse. Ja, dann kannst du jetzt fast noch stayen, ne? Mist, das war schlecht. Ja, siehst du gut. Hab ich mich mal wieder durchgesetzt, indem ich gefeiert habe. Ja, hast du gut gemacht. So, jetzt, die Gegner denken sich jetzt natürlich, oh, da hatte ich aber viel Counterplay. Hoffentlich wird das ab jetzt besser. Würde es nicht, ne? Esweir hat den Fehler gemacht, einmal getroffen zu werden. Dementsprechend bin ich jetzt schon wieder komplett auf Crack. Gleichzeitig kriegt die ganze Zeit einen Move mit Speed, weil mein Janga in der Nähe ist. Das heißt, die hegtliche Überlebenschance ist auch schon wieder gleich null. Noch ein Cue, dementsprechend bin ich natürlich auch wieder full live. Die Recall-Taste ist bei Soraka auch optional. Die braucht ihr eigentlich nicht. Ja, und dann könnt ihr auch Cues ein bisschen auf die Minions machen, um auch noch Push zu generieren, weil ihr habt natürlich auch E-Push, der auch relativ stark gegen Minions ist, weil ich meine, warum auch nicht. Du kannst ja auch jederzeit rein, ne? Ich will den Minion, den Minion, also da hab ich schon ein bisschen Respekt vor. Ja, brauchst du nicht. Oder bist du mit Soraka so wurscht? Ja, ist völlig egal. Also alles, was du bis jetzt über League of Legends gelernt hast, kannst du komplett vergessen. All right. Ich hab jetzt hier den, äh, ja gut, das ist natürlich hart. Ähm, Stade. Ja, fairerweise hat das gepinkt. Da kam jetzt nicht die Seek-Direktion von uns. Ja, 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 nee, gar nicht eigentlich. Ich krieg halt Move mit Speed, wenn Jungler low life ist und gankt. Auch hier wieder, ne? Out-Train, Katze, Katze rein, ne? Also immer, wenn du was kriegst. Okay, wann immer ich kann, dann kann ich rein. Ja, ja, ist völlig wurscht. Ja, einfach mal probieren. Ich meine, warum denn nicht? Wir verlieren ja nichts. Das ist ja das Witzige. Alles gut. Oh, das ist überhaupt kein Problem. Silence ist raus. Äh, Gegner gesund. Äh, Out-Train haben wir sie auch, weil ich kann dich natürlich auch noch heilen. Du bist schon ein bisschen eklig, ne? Ja, ja. Also, ich meine, wir haben ja in diesem Trade natürlich auch alles komplett. Ja, guck. Ah, schade. Ah, schade. Nice strike. Close, close. Ähm. Ja, und jetzt wäre auch schon wieder, wenn du noch Flash hättest, wäre jetzt halt der Flash in Gage. Ja, ich würde gerne, ich hab Hex-Flash, aber dafür muss ich halt da rein, ne? Muss ja hier irgendwie, oh Gott, Freunde, jetzt. Ah, hab ich nicht. Alles gut. Ey, bleib doch ruhig mal im Busch, ne? Du kannst einfach im Busch bleiben. Ich brauch dich hier gar nicht. Ja, okay. Okay. Ja, das hört man gerne halt als Support, wenn man eigentlich unnötigerweise mit auf der Lane ist. Alles gut. Also, ich meine, der Astrid muss jetzt auch schon wieder basen, weil er hat ja ganz viele schlechte Traits festgenommen. Leona hat noch keine IQ-Kumme getroffen in den letzten 700 Jahren, aber das ist ja auch völlig wurscht. Der, der Silly muss jetzt auch die Beine in die Hand nehmen. Ähm, ihr merkt, die Gegner haben Spaß, ne? Du kannst jetzt auch wirklich mal basen, weil du hast unglaublich viel Gold. Ja, das ist korrekt. Nö, so viel auch nicht. Wie viel hast du denn? 1.200. 1.200. 1.200 ist doch insane viel als Supporter. Fühlt sich komisch an, von der Soraka als Supporter bezeichnet zu werden. Ich bin da nicht gewohnt, aber du hast natürlich recht, ja. Ja, da bist du festgefahren, ne? Ja. Wie euch aufgefallen ist, misst ich ja auch immer wieder CS. Äh, auch das Lasted optional, ähm, prinzipiell natürlich nett. Ist jetzt aber nicht so, als würdet ihr Lanes verlieren, wenn ihr viele CS misst. Ne, das ist, das ist einfach eingebaut. Jetzt kommt hier der, der Silly natürlich motiviert auf die Lane, legt sich, boah, geil. Ähm, da kann ich ja was machen. Das ist ja schön. Und dann treffe ich einen Q und bin halt natürlich dann auch wieder full life. Du kannst ja jederzeit rein, ne? Schön mit den Firmabrunden, einfach mal durchrennen. Einfach mal durchrennen, komm. Okay, ja, ja, ja. Ach, schade, nice try. E ist raus, Katze-Hitaiarin, Katze-Hitaiarin. Ja, 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 okay. Was sollen die denn machen? Weiß ich nicht, ich hab immer ein bisschen Respekt, aber es ist, ja. Also gucken ist eigentlich schon gefährlich. Stell dich einfach Busch und mach Hextech-Flash einfach auf Q-Down, ne? Okay. Ah, das war auch echt gut daneben. Ja, aber die Idee ist richtig. Ne, die Idee ist richtig. Du spitzst Soraka-Lane nur richtig, wenn du dich am Ende eklig fühlst. Und wieder in den Busch rein, ne? Ach, ich versuche mal zu stacken, aber es ist halt Quatsch. Ah, jetzt ist hier ein Control-Bord drin, das ist schade. Weil den nehm ich. Ja, dann kannst du den nehmen. So, dann renne ich hier auch einfach mal. Ich renne einfach drauf, ne? Die können auch nix machen. Was soll sie denn auch machen? Dann out-traden wir die hier mit Arry, weil wir ganz schmutzig sind. Ja, auch der Ezreal, ne? Der wird jetzt hier halt natürlich einfach gepokt. Wir können auch noch ein bisschen was vom Turb-Plating gehen. Wir könnten recoilen, aber auch das. Selbstverständlich nur optional. Ihr merkt schon, der Damage jetzt auch wird immer mehr. Ich habe jetzt auch die Ultimate ab. Das ist leider einen Ticken zu spät, um dem Top-Lander dann auch zu helfen. Ja, und langsam aber sicher vergeht beim Ezreal jetzt natürlich auch die komplette Lebenslust. Ähm, der wird gepokt von der Soraka. Er hat literally kein Counter-Play. Was machst du denn mit Schaden? Und wir können jetzt auch Diven, ne? Eigentlich Diven, ne? Ja, klar. Aber nicht den Silien, bitte, ne? Ja, komme ich nicht hin. Ja, da ist der Gegner jetzt allerdings... Du wirst jetzt Trade kommen. Ich denke, der kommt zu uns. Ja, denke ich auch, aber das soll er machen. Hey, Top-Lane. Ich habe leider keinen Mana für Ult. Ja, doch, habe ich jetzt gleich. Klasse. Dann ult ich einfach mal. Dadurch gewinne ich jetzt wahrscheinlich auch den Top-Lane-Trade noch zu unseren Gunsten. Klasse, da habe ich auch eine Sist. Wir haben auch recht nicht verdient. Kannst du bitte mitpushen? Klar, Echo ist drin. Ja, ja, weil wir müssen... Na, egal, ne? Nur noch das Flating. Der Echo staut hier eine Wave. Der Echo nimmt eine Wave. Warum auch immer. Er ist so wütend, weil wir vorhin nicht gekommen sind und dann ist er gestorben. Ist er wütend. Ja, da muss ich jetzt hier, denke ich, auch noch die Wave nehmen. Kannst du das kein Minion-Scherren fixen? Klar, aua. Der Echo hat natürlich jetzt auch für unsere Lane einmal gegankt, ne? Aber Vage Lane ist komplett busted broken, wenn ihr einmal eine Lane, ein Gang kriegt. Das ist ja normalerweise nicht der normale Verlauf. Ja, mit der Ultimate einfach ein bisschen gucken zum Team. Hab jetzt drei Assists. Habt noch nicht das Gefühl, irgendetwas gemacht zu haben. Wir haben auch noch nicht die Leona-Koppe wirklich ausgespielt. Die kommt noch, wenn wir mal ein Gang treffen. Du bist aber auch wieder an Feier, mein Lieber, ne? Ja, was du machen kannst, ist quasi mit Fünfer-Boots immer hier rüber über den Pinkboard rennen. Und dann halt einfach in die Gegner ein bisschen reinsippen. Du hast dich zu verlieren. Wir können diese Lane nicht verlieren. Wenn die Gegner jetzt Meta-Support hätten mit Leona oder Nautilus, dann können die dich natürlich dafür punishen. Aber in Silien, was will er machen? Schnell laufen will er. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ja, 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 bin dabei, bin dabei. Ja, ja, ist egal, kill ihn. Ach, du, da hättest du es. Ja, ich wollte ihn erst kaputt machen. Ich bin da ein bisschen, es tut mir leid. Das ist nicht mein normaler Spielstil. Das kenne ich nicht. Ja, ja, ich weiß. Das ist widerlich. Äh, Silien, Silien ruhig. Okay. Ja, da kommt da der Silence drunter, da kommt der die Ult drunter, dann wird er geroutet und dann ist die Ult auch schon mal raus von ihm, ne? Hätten wir jetzt nicht unbedingt killen müssen. Ja, hast recht, über My Bad. Aber ich glaube, Slick Knight hätte es eher getötet. Ich heile dich einfach wieder hoch. Rüge ich wieder rein? Ich kann eigentlich wieder rein, ne? Ja, ja, natürlich. Ich meine, du hast ja noch keinen Schaden bekommen. Ähm, da passiert auch nicht mehr. Ja, da kommt da nochmal ein Silence drunter. Opa, großartig. Aber ich muss, würde jetzt gerne... Also du merkst schon, ne? Die Masse an Fehler, die du mit dieser Lay machen kannst, ist literally einfach unendlich. Ist schon ein bisschen Auto attacken hier, ne? Wir wollen schnell pushen. Na klar. Hast du einen Share? Ne, ne? Öh. Ja, einfach pushen. Okay. Äh, da war jetzt ein Trade ohne Ultimate von mir. Ähm, versuch die Ultimate einfach immer für die anderen Lanes aufzubauen. Aus meiner Sicht braucht ihr die Ultimate in wenigsten Fällen für die Lane. Die ist nämlich free. Ähm, ja. Und jetzt würden wir nach zwei Trillplatings ja auch nochmal in die Base. Und dann wahrscheinlich mit einem, mit einem, ja, ich weiß auch gar nicht. Redemption ist normalerweise die, die leckerste. Oh. Silence! Oh, die wollen jetzt, wenn die uns chasen wollen, töten wir den, ne? Da, da kenn ich nicht. Ja, ja. Ja, vielleicht. Ich hab in 19 Sekunden wieder Ulti. Vielleicht ist es ein bisschen beäusi, was wir jetzt gerade machen. Aber ich kann das ja auch schnell pushen. Echo kommt, Echo kommt. Echo ist gleich wieder da. Ja, wenn du da rein kannst, gerne, ne? In 8 Sekunden hab ich halt wieder Ulti. Ich ping ihm das, er ist drin. Ja, nee. Guck, guck, guck. Schön. Gut. Wir werden gesund. Silence ist drauf. Counterplay minimiert. Und ich bin auf jeden Fall tot. Nee. Doch. Was zur Hölle? Bist du bescheuert? Wie kann ich da noch leben? Ich hab das überhaupt nicht verdient. Ich dachte mir, du überlebst das jetzt. Dann, weil du das zu raka bin. Bescheuerte Scheiße hier. Was für eine bescheuerte Scheiße. Das trifft es eigentlich auch ganz gut. Kann ja gar nicht sein. Ich bin unfassbar schnell jetzt, weil ihr alle do seid. Also, jetzt ist Lee's denn auch noch hier? Ja. Aber ist eigentlich auch nicht schlimm. Wann ist er denn schon wieder Ulti? Was macht er denn immer? Dann kannst du mal ein bisschen weniger Hitze. Ich hab leider keinen, ja, ich hab leider keine Achtung. Können wir noch killen, können wir noch killen. Ja, ich bin dran. Ich hab, nee, ich hab keinen Mana, das ist mein Problem. Achso, kein Mana. Ja, das ist mein. Aber ist auch nicht schlimm, ne? Also wir sind jetzt auch wieder full life. Haben wir uns natürlich auch verdient. Der Lee wird jetzt nochmal kommen, ne? Dann killen wir den einfach. Okay, ja. Ja, ich hab irgendwie ein bisschen mehr Mana jetzt. Ja, wenn du, kannst du auch runtertumstern, ne? Ist mir egal. Okay, dann machen wir das. Silence drunter. Oh, du musst hier natürlich queuen. Ich hab keinen Queue, das ist mein Mana-Problem. Ah, ja. Gut, dann könnte das hier tatsächlich der Moment sein, wo ich Summoner-Spits benutzen muss. Jetzt kommt, ich glaube, du stirbst jetzt das erste Mal. Ja. Aber nee, der Tursted-Feld ist gar nicht interessiert an dir. Das ist ja witzig. Aber dafür der Ezreal, wo kommt der denn her? War ich auch nicht. Ah! Ah, hab ich noch. Scorch lässt grüßen. Ja, gut. Das Mana-Ding, da hätte ich den Silence ein bisschen anders machen können. Da hast du vollkommen recht. Das muss ich in dem Moment nicht machen. Also, ich hätte natürlich gerne mehr gemacht, ne? Aber wenn Mana nicht da ist, dann ist es schwierig. Ja, wenn Mana nicht da ist und Mana nicht da ist, dann wird das immer machen. Ich hätte auch vorher wahrscheinlich meinen Summoner-Spit auch gar nicht ziehen müssen. Ja, wie fühlt sich die Lane an für dich? Was ist so dein Grundfühl? Beschissen, ja. Nee, also ich fühle mich schmutzig. Ich muss duschen. Ja, schmutzig. Duschen, klasse. Ja, so fühlt sich das halt an, Leute. Jetzt hatten wir da am Ende noch die Shenode. Ich hätte tatsächlich wahrscheinlich nicht dich, sondern den Echo einmal hierhin sollen. Wow. Damit er das überlebt. Nee, damit die Shenode durchgeht. Du bist mir natürlich prinzipiell bedeutend wichtiger. Natürlich. Ja, finde ich gut. Aber jetzt die Einstellung in deinem Kopf ist sehr richtig. Einfach rein. Ich dachte, er ... Ja, ich war fairerweise noch nicht auf der Lane. Aber ist es trotzdem wichtig? Das ist ja egal. Ja, ja. Genau das ist es. Würstchen immer rein. Okay. Das, das ... Ja, bitte. Alles gut. Das ist doch ein gutes Motto. Ist das gehen, ja. Ja. Ich bin unterwegs. Aber wir nehmen einfach den Turm. Ihr könnt auch dem Modish mit dem aufs Racken. Jetzt, wenn euch das nicht schnell genug ... Dive den, ne? Dive den. Ja, wenn ich kann, mach ich das. Einfach, wenn du den eh connectest, ist er tot. Ja, dann bin ich rein. Dann bin ich jetzt drin. So, oh, 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 oh. Oh Gott. Jetzt will ich aber auch nichts hören, ne? Hoppala. Ich hab da vielleicht nicht getroffen. Ja, wenn du nicht zuhören willst, wird das jetzt natürlich schwierig für mich in die Unterhaltung zu führen. Ähm, ich halte dich hoch, ne? Wir können ja noch sagen. Das ist super. Ich geh wieder rein. Ja, ja, ja. Ach, da mach ich so. Oh, du hast den Turm gecute. Das hab ich vorhin auch schon. Ist dir das nicht aufgefallen? Mir schon. Nicht direkt, ne? Das ist schade. Das ist aber nicht so gut. Ich hab gerade meine Kamera gelockt. Moment, jetzt. Ja, da war ich auch gar nicht dabei. Also da merkt man, diese Combo geht halt natürlich nur, wenn man absolut perfekt spielt. Erlaubt quasi überhaupt keinen Fehler. Ähm, und ist auch nur dann, dann dominant. Äh, da höre ich immer wieder, ja, Leute müssen halt nur wissen, wie man gegen Soraka spielt. Äh, FL-15 ist meine aktuelle Bestellung. Immer ein gutes Beispiel für. Kannst du wieder diven, ne? Kannst du wieder diven? Ja, natürlich, ich bin drin. Oh. Ähm. Kommst du da weg? Weiß ich noch nicht. Äh, ich komm, ich, ich würde mich mal vor dich stellen. Ja, gerne. Protective-mäßig, so, ja. Au. Er tritt mich in dich. Das tut mir leid. Das, 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 das haben wir natürlich nicht ganz bedacht. Das, wenn du dich vor mich stellst, eine neue Problematik. Das klang auch einfach zu verlocken, ne? Ich dachte mir auch so, ach, ich stell sie vor mich, ist ja klasse. Voll nett, ne? Und da tritt er einfach in mein Gesicht. Und ich flieg in dich rein, ja. Schade. Ja. Einfach mal Base gehen. Das hab ich nicht ganz bedacht. Mein Silence war auch nicht so gut. Also generell ist die Idee natürlich, dass der Silence quasi da drunter kommt, was Leona ccet. Weil Leona dann immer mit den Follow-up-CC quasi den, den, den Standard nochmal auslöst. Das wirkt bei uns sehr schwer zu koordinieren. Würde ich generell, aber als machbar zu zeichnen. Das ist eher unsere insane Decider-Team, die wir uns über Jahre aufgebaut haben. Ja. Er wird das nicht auf der Mid-Line, warum macht keiner die Wave? Der Wizard-Fade ist irgendwie ein bisschen mad. Er hat schon geschrieben, I can do nothing, so, not really. Ja, weil der Yasuo gesagt hat, wreckt. Was ich jetzt auch nicht unbedingt sagen muss. Das ist frech. Jetzt müssen wir, unser Team-Fade zurück, das bedeutet, wir müssen ein bisschen mehr machen. Kein Problem. Ich lauf einfach, du hast mir gesagt. Ja, ja, einfach durchlaufen. Einfach ran an den Speck. Wenn ich mit Edris, wie gesagt. Oh, nette Idee, ja. Jetzt flasht er. Nee, das ist sowas nicht geplant mit dem Flash. Ich wollte flaschen. Ehr nicht. Ist okay. Wenn er kein Flash hat, ist das für uns wichtiger. Der Lee Sin, der wird natürlich relativ schmerzhaft auf Dauer. Das ist ja kein Problem. Ich meine, du kannst ihn einfach silenzen. Ich werde den, ich werde den da pink wonen. Ja. Super. Machste klasse. So, ich habe jetzt auch mal Redemption ab. Die, die. Oh, guck mal hier. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Scheiße. Geht der hin? Aber ich habe noch einen Pink, würde ich mir noch burschen. Oh, da komme ich nicht hin. Na. Ja. Komm her. Ja, danke, danke. Ah, der ist einfach so schnell. Ja, der ist zu schnell. Wir müssen das anders angehen. Oh, komm mal hier. Komm, da kommt schon wieder einer. Mensch. Komm mal. Ja. Ich habe mich mal getroffen. Ja, ich halte, jetzt halte ich leider jetzt vorher raus. Das ist ein Problem, ne? Wir können das trainen, ne? Nein, nein, ja, wenn ich, drei Sekunden, dann kann ich wieder rein. Finde ich schön. So. Ja, oder war? Egal, ich halte dich hoch, ne? Mal schon weiter. Ja, wenn sechs Sekunden, dann würde ich wieder reingehen. Wir können auch den Turm nebenbei mal machen. Okay. Ich bin gerade getroffen. Bin kurz drin und jetzt suche ich wieder irgendwie rauszugehen. Ich versuche das mal an zu blocken. Ich halte dich einfach. Ja, aber ich glaube, das wird nicht stunden. Doch, 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 doch. Ja, ich weiß nicht. Ich versuche, ich habe keinen Mana mehr, ne? Ich versuche, dich irgendwie nur zu blocken. Ach so, ah, das ist gar nicht unser TP gewesen. Nee, 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 das war der Typ so toll. Ah, ja gut, dann wird es vielleicht auch dauernd ein bisschen viel. Was ihr jetzt gesehen habt, ist quasi ein Desperate Move natürlich von den Gegnern, die mit einem Band kommen. Dafür verlieren die natürlich auf der Map dann aber entsprechend viel. Also, du kannst natürlich den Soraka irgendwann dann schon mal töten. Wir haben jetzt dafür Midlane Tier 1, Midlane Fast Tier 2 und Toplane Tier 1 plus Baby Tier 2 bekommen. Verbuche ich als Punktsieg, ne? Generell, wir hätten da wahrscheinlich den Turm durchaus nehmen können. Sie sind wahrscheinlich schlauer geworden. Ja, aber ich meine, wir Spiele kommen ja auch nicht zu zeigen, dass wir schlau sind, sondern zu zeigen, dass die Combo funktioniert, obwohl wir es vielleicht nicht immer sind. Also, ich zeige zu Genüge, dass man, auch wenn die Leona so scheiße ist, dass du denkst, hat die getrunken, ja? Du kannst trotzdem Kills kriegen. Du kannst eigentlich nicht sterben, außer sie kommt zu viert. Jetzt muss man unser Echo. Oder Tower Dives bis 10.000 Tower Damage. Ja, so schreit erst mal ne Runde. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, Freunde, ich bin da. Schön, ja. Schön, schön, schön. Sehr gut, gefällt mir gut. Könnte jemand noch lower sein, dann... Ach, guck mal. Mit dem Seilus. Soraka, perfektes Timing, würde ich an dieser Stelle sagen. Ja, ich hol mir die Bot Wave. So, Lee Sin ist auch da. Ich würde jetzt einfach mal drauflaufen auf den Lee Sin, der hat gerade seinen Q rausgeschmissen. Ja, einfach drauflaufen, du verstehst immer mehr, worum es hier geht in dieser Combo. Ja, jetzt hat er mich leider erwischt, schade. Ja, der Lee Sin ist generell ein Problem, aber auch hier, ne? Leona mit dem Q, Point and Click. Ich wiederum mit dem Silence Follow-up. Auch wenn ein Gegner mal fett ist, solltet ihr da eigentlich wenig Probleme mit haben. Solange es nur einer ist, ist es meistens entspannt. Level 11 von Soraka recht wichtig wegen der Ultimate. ähm, Lee Sin über euch. Das soll er sein. Okay. Wir haben ja dich. Ich bin nicht da. Du hast Ulti ab. Du hast Ulti ab. Ja, okay, ich bin natürlich überall. Ich schaffe es übrigens nicht zu Lasted, Leute, aber lasst euch davon nicht irritieren, ne? Das ist alles Teil der... Das war jetzt schlecht. Ne, 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 Ulti nicht. Auf gar keinen Fall Ulten. Mach nur nichts, aber nicht Ulten. Ja, ich wollte noch Level 11 warten, aber dann war es auch schon zu spät und ich war es schon tot. Bloß nicht Ulten. Ne, irgendwie war das ein bisschen... Let's go, S5, you can not die with me, Bear. Ähm, was passiert? Was? In der Mitte? Ja. Ja, die haben geultet und... Ja, dann haben die einfach geultet, ne? Dann ulten die. Ja, äh, es ist aber kein Problem, ich bin unterwegs. Der Lee ist tatsächlich recht talentiert, ne? Der ist nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. 11-3. Der Rest des Teams... Hallo. Nichts sehr erfolgreich, aber die. Danke. So, ich komme natürlich wieder. Fünferboots, ich bin hoffentlich bald da. Der Lee läuft aber auch echt motiviert von dir weg, muss ich sagen, ne? Ja, klar, aber das ist auch kein Problem. Am Ende des Tages hole ich den ja immer ein, ne? Das ist einfach... Der Lee kommt quasi aus dem Fight, ist full live. Finde ich schön. Ah, da ist das bestimmt geplant von Riot. Ich bin mir sehr sicher. So, und nicht anders. Der Lee läuft natürlich auch nochmal, äh... Ja, komm. Ja, ja, so. Der steppt aber auch. Ach, come on. Jetzt ping er die Fragezeichen. Du hast halt auch keine Ulti, ne? Gott, den Namen. Come to me, man. Kommst du? Ja, hast du ult? So, aber nicht getroffen. Ich ping er, ich mach einfach... Oh, ich mach sterbi, sterbi jetzt. Ich mach trotzdem sterbi, sterbi. Ja. Der hat ja noch, der hat ja noch Passive... Oh. Ja. Oh, guck mal, was ich noch gehabt hätte. Eieieieiei. Was bist du denn für eine Lebemaschine, Freundchen? Ja, fast, als würde ich nicht sterben wollen, ne? Das ist... Also irgendwie, sterben willst du wirklich nicht. Oh, nee, aber du hast keine Chance. Also irgendwann ist es vorbei. Also irgendwann ist es halt doch... Ja, auch für dich. Schwierig. Der du nicht sterben möchtest. Ähm, hätte ich hier wieder zwei Sekunden gehabt. Das wäre natürlich dann der Great Escape gewesen. Ja, da... Ne, also dieser Synergie, was das angeht. CC da ruhig immer durch, ne? Mit EQ into Ult. Ich folge da gerne. Okay, okay. Ja, ich muss mal... Also wir brauchen noch ein bisschen Synergie. Wir haben uns da wahrscheinlich über die League-Season-Pause einfach ein bisschen auseinandergelebt. Ja. Oh! Na, ich glaube nicht, ob der Echo ausgerechnet da jetzt... Echolass es. Ja, natürlich geht er jetzt rein. Ne, er war schon drin. Er war schon, ja. Er hat mit... Der Ultimate ist aber auch noch drin geblieben. Das hat sich unbedingt leichter gemacht. Äh, der Jesu wird allerdings so tanky werden, dass ich den auf jeden Fall genug hoch rein kann. Die aktuelle Problematik ist wirklich, äh, dass ich nicht... Ich finde es schön, dass Echo selber close schreibt. Ich meine, es war ja auch so. Da können wir hinterher. Ah, komm. Ich komm, ich fang die ab. Ja. 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 Once in a lifetime, ich sehe ihn nur nicht. Oh! Oh mein Gott! I'm so proud. Das war... Hier, pass auf, das müssen wir... Bitte in Slowmotion. Ja? Ah, ja. Ne. Äh, generell... Sehen wir nur einmal. Ihr könnt natürlich auch Objectives machen, wie ihr wollt, ne. Ihr könnt auch Türme tanken, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt die Leute die ganze Zeit hochheilen. Also, ihr habt viele Optionen. Natürlich ist eine gewisse Teamabhängigkeit da, ne. Also, wenn jetzt alle schlecht stehen, dann hat es sogar gar nicht genug Damage. Aber im Normalfall ist das eigentlich selten ein Problem, zumindest ein Team-Mate zu haben, der in irgendeiner Art und Weise denken kann. Äh, ich heile euch immer ein bisschen gegen, ne. Sehr nett, ja. Freue ich mich sehr darüber. Ja, wir sind alle full live. Ähm. Dann würde ich sagen, äh, das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Ich sehe da kein Problem. Play Slow, mein der Gen. Aber du bist doch jetzt stark. Keine RW-RWs mit Puschen. Das ist dann sicher auch, glaube ich, gar nicht so falsch. Ähm. Ja, das tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas für dich tun kann. Ja, auf jeden Fall, ne. Einfach rein. Darin bin ich, da bin ich mir sehr sicher. Sehr gut. So kriegst du auch nochmal eine Heilung. Oh, ja. Äh, generell könnte man mit dem Zahn jetzt eigentlich verhindern, dass Leute da so rauskommen. Ich würde ihn ja so heilen. Die Leute sind noch ein bisschen zarkhaft, ne. Da kommt vielleicht nochmal eine Linie. Ja, ist voll okay. Okay. Ich hab euch alle wieder full live, bis der wird aus. So, ich muss mal in die Base. Mein Problem ist tatsächlich mein Mana. Ja. Ich habe Legend-Mana-Problem. Ja, wir machen jetzt Drake parallel. You can not die. Oh. Ich geh da mal hin. Ich hab leider halt kein Mana, ne. Ich hätte sonst in der Theorie natürlich... ...talentiert. Ist du da? Ja, du bist da. Okay. Ja, der Yasuo allerdings ist nicht da. Dann würde ich vielleicht sogar... Ja, das raus hier, ich guess. Nee, können wir rein, können wir rein, können wir rein. Ja, ja. Ich würde gerne rein, aber mein Problem ist irgendwie... Ach. Mana, das ist sehr fies. Das habe ich nicht. Das ist echt weird, ne? Habe ich auch noch nicht erlebt. Ich habe, glaube ich, tatsächlich die falschen Masteries dabei. Ach, nee. Für die Fans. Weiß Surrender, will ich nicht. Ja, warum will er wohl Surrendern? Das ist ein Classic. Ach. Oh Gott. Das hat keiner jetzt kennen, wenn ich den bekommen. Danke für den Riesen. Pack sie, fix sie. Das ist schon noch mal eine Heidung rein. Er ist gut, kriegt eine Heidung rein. Ah. 5 Sekunden habe ich auch Dings ab. Ja, da stirbt er trotzdem. Das ist, äh... Aber ja, mit 3800 Gold kann man natürlich auch einfach rein. Ne? Base. Warum Base gehen? Warum? Wofür? Boah. Was der Schender zu mir durchlässt, ist aber auch nicht so nett. So, ähm... Okay. Okay, guys. Just stay with me. You cannot die at all. Trust me. So, äh, ich habe jetzt auch noch einen Sensor gehabt. Das ist dann immer so der Moment, wo man sowas reinschreiben kann. Einfach, weil es stimmt. So, ich meine, wie sollen jetzt noch Leute sterben? Ähm... Ist fast nicht möglich. Ihr könnt jetzt natürlich für den Zulizierer gehen, weil... Äh, sterben ist auch für euch selbst mittlerweile echt, echt schwer. Also ihr seht, ne? Gerade über die Mercs finde ich es sehr, sehr angenehm. Man of Lobentim mitzunehmen. Transistent. Einfach, weil ihr mit den Cooler Reductions öfter mal overcapped. Ähm... Oder sonst sind natürlich jedes Item, aber jetzt ist es nicht mehr so mega effiziell. Kommt da schon wieder alle. Der wird einfach silenced. Dann wird er von DCC. Dann wird er gehuilt. Und dann, äh, heid ich dich gegen. Keine Sorge. Dann... Ja. Ist Echo auf jeden Fall irgendwie drin? Also nicht mehr irgendwie, sondern ziemlich... Ja, das ist, äh... Ziemlich fies sogar in diesem Fall. Ja, das ist ja natürlich aus... 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 Und so, kannst du... Kannst du... Ah, kannst du mich schieben? Nee, nee, nee. Ich muss mich um den Azu kümmern, Alter. Der ist allerdings auch wieder full life. Der weiß das nur noch nicht. Aber gleich wird das erfahren. Äh, also ist es... Okay, sie können tatsächlich sterben. Wir haben keinen Schaden. Ja, wir haben schon den Schaden. Nee, wir haben keinen Schaden. Der wird nur sehr unglücklich angebracht. Oh Gott. Wir haben tatsächlich zu wenig Schaden. Oh, du bist so much damit. Ich glaube tatsächlich, dass es an sich reicht. Wenn wir ihn treffen. Wenn wir... Wenn wir Echo dabei haben, ne? Aber Echo ist immer so ein kleiner Solo-Spieler. Der geht einfach hier jetzt auch wieder rein. Es ist relativ schwer, jemanden am Leben zu halten. Der ist so aktiv. Ich bin da auch... Ich geh mal wieder rein. Nicht, wie ich möchte. Ja, nee, ich geh nicht rein. Ich glaube, die sollten auf jeden Fall auf Echo... Auf Jesu warten. Jesu warten, ja. Oh Gott. Es ist wirklich belastend. Schade. Ich heile. Das ist schon anstrengend. Da wird die Botland auch noch eingedrückt. Ist egal, Nash, Nash, Nash. Okay. Just take Nash. Er hat nur kein Smite. Gerade. Egal. Who cares. Nee. Nee. Wir sind klären. Ey, bei Nash ist ein bisschen tricky, weil ihr quasi auf, ähm, ihr müsst immer mal wieder aus dem, aus dem Pit raus, weil ihr ansonsten ein Damage kriegen. Kannst du das hier nur rein fürs Queue machen? Ey, ich kann ja natürlich nicht zonen. Ey, du müsstest den zonen. Ich zonen den schon. Jetzt ist er als einziger drin. Das ist ja interessant. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ähm... I tried, I tried, I tried. Also, da kann ich jetzt auch nicht mehr viel machen. Ja, da will ich auch nicht rein. Äh, geh. Dann haben wir tatsächlich mit Soraka verloren. Ja, guck mal, in unsere Basis. Das kommt ja schon da. Wir sind, wir sind alle da reingesprungen. Da muss ich sagen, dass, äh, ja, ich hab mich immer gefragt, wie kann man mit Soraka-Games verlieren? Ich habe die Lösung gefunden. Sie ist aber sehr überraschend. Ha, ja, schade. Ja. Äh, vielleicht, äh, also Shen, die Rückwärtsbewegung ist leider nicht mehr drin. Ähm. Das ist, äh, vorbei, das Spiel. Schade. Da haben wir wirklich verloren. Naja, trotzdem, meine Damen und Herren, das war eine Folge durchgekotzt. Ich denke, es ist deutlich geworden, warum es ein Kompo-Ekelhaft ist. Äh, der Lack of Damage ist tatsächlich irgendwann relevant gewesen, was natürlich allerdings auch an der Kombination mit einem Shen lag, unter daran, dass unser Ecolight da wirklich extremst wenig Interesse daran hatte, dieses Game zu gewinnen. Ja. Da, denke ich mal, wäre zu jeder Phase mehr drin gewesen. Ähm, Healing Done, 49.000. Da hast du auf jeden Fall geheilt, würde ich sagen. Das ist nicht gut. Hälfte ist ein AFK-Jungler. Naja, äh, war trotzdem eine schöne Runde. Ich glaube, für den Gegner natürlich auch geil, da zurückzukommen. Der Lee hat das schön weggecarriert. Ähm, am Ende, ja, muss ich sagen ... Weißt du, was ich da spielen hätte können auf Labortland? Den Lux. Ja? Ja. Weil da hast du ... Das funktioniert bestimmt besser. Ja, aber mit Leona hast du halt diese CC-Chain. Ja. Die haben sie jetzt nicht so gespürt. Das gebe ich zu. Ja, weil ich die halt ... Also, da muss ich gestehen, die haben sie vielleicht nicht immer so im Nacken gehabt. Aber ansonsten, äh, kann das natürlich sehr gut funktionieren. Ich glaube, wenn ich den letzten Teamfahrt einfach in den Snatchbit reinflasche und den Echo, äh, den Yasuhide, dann gewinnen wir das, ähm, vielleicht sogar noch mal. Äh, aber ... Wirklich? Ja, ich glaube, ich glaube fast. Aber am Ende ist es halt ... Also, dafür, wenn man sich so guckt, hatten wir halt, ähm, 162629, dafür hat es sich immer doch sehr dominant angefühlt, ne? Das stimmt, ja. Äh, anyway, schaut doch bei Therese vorbei und schaut gerne die Folge auf dem Zweitkanal an, wo ihr seht, wie man dagegen spielt. Kappa, haut rein.